Jungs und Mädels, was geht ab? Heute möchte ich euch mal zeigen, wie und wo ihr eure Minecraft Screenshots auf dem PC finden könnt, weil die leider nicht direkt bei den ganz normalen Bildern sind. Das erste, was wir machen müssen, ist, dass wir Windows und R gleichzeitig drücken und dann öffnet sich hier unten dieses kleine Fenster. Hier müssen wir jetzt genau das reinschreiben, was hier bei mir gerade schon steht, also %AppData %backslash.minecraftbackslash Screenshots. Als nächstes drücken wir dann einfach auf OK und dann öffnet sich schon der Ordner mit unseren Minecraft Screenshots. Die können wir uns jetzt hier natürlich ganz normal angucken und falls ihr beispielsweise schon wisst, dass ihr die Bilder nachher wahrscheinlich nochmal brauchen werdet, dann könnt ihr die zum Beispiel einfach zu euren ganz normalen Bildern verschieben, denn dann spart ihr euch einfach die komplette Suche und habt eure Screenshots dann ganz normal bei euren Bildern. Falls ich euch mit dem Video also weiterhelfen konnte, würde ich mich natürlich sehr über einen Like freuen, kurz fürs Zuschauen und haut rein!